Wir beginnen mit der Nummer 1, Horst Edler. Und sein Gegner ist Laurent Vitruel. Also empfiehlt Harley Davidson. Rechts ist nun mal die Umgerade, links ist die Umgerade. Wie gesagt, nur Schuhlauber. Bitte alle von der Strecke jetzt runter. Alle von der Strecke. Schauen wir mal, ob er das hinkriegt und Horst Edler hier mit der KTM. Laurent Vitruel, Menzter Harry. Olibre auf der Trial. Und die anderen Kussnern auf der Ducati Monster. Und die anderen Kussnern auf der Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati. Er hat schon eine Fall Dh meteorologin auf der Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati. Das ist jetzt ganz Nähe. Jetzt gehen wir mit zwei Anlagen-Ducati und hier rein. Tyler Mountains ist erst принцип Lisbeth camper-Ducati-Ducati. ZЧ-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati. Backe in Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati &-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati-Ducati. und weiter geht's und jetzt ganz hier weg auf der Honda Dominator von Neuil und Neuils wie gesagt alles noch training, alles noch und Neuils